Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. An meiner Seite der DAX-Experte Thomas Bergmann. Thomas, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Am Wochenende, da gab es ja einen Putschversuch in der Türkei. Teile des Militärs wollten ja die Macht in der Türkei an sich reißen. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, letzte Woche, da lief es ja mit dem DAX wirklich gut. 4,5 Prozent hat er in der Woche gut gemacht oder an Wert gewonnen. Denn in dieser Woche wird ja die Stimmung dann schon ein bisschen eingetrübt sein, oder? Nein, wieder warten, ja, ignorieren die Anleger schon wieder das Thema Türkei, nachdem der ja abgewendet wurde. Und Erdogan jetzt da durchgreift mit aller Härte. Und ja, man sieht es, wir sind im Moment 0,7 Prozent im Plus. 10.137, ich glaube, das ist schon der Stand von vor 20 Minuten. Jetzt mittlerweile sind wir im Bereich 10,1,50. Das heißt, die Stimmung ist gar nicht mal so schlecht. Oder es ist, besser gesagt, es ist ein Beweis, dass der Markt nach oben will. Trotz dieser, ja, trotz allen schrecklichen Nachrichten, auch mit ganz vielen Toten wieder, geht es weiter nach oben. Und jetzt, wenn ich mir das Ganze vom Chart-Technik dann anschaue, dann schaut das Ganze sehr gut aus. Jetzt bleiben wir gleich beim Chart-Technischen. Welche Marken sind denn jetzt wichtig? Wir sehen ja die 200-Tage-Linie, die wurde ja nach oben durchbrochen. Genau. Die verläuft ja im Bereich 10.065 Zähler in etwa. Wir haben dann noch ein altes Ausbruchsniveau bei 10.108, 10.104. Die Brexit-Gap-Kante, das sehen wir jetzt alles hier in dem Chart nicht, weil wir hier ja den Linien-Chart haben. Aber die Marken, da können mir die Zuschauer schon glauben, die sind so, ja, ich sage mal, wenn wir da jetzt nicht nachhaltig darüber laufen, dann haben wir als nächstes im Bereich 10.300, sage ich mal, 10.350 das nächste Ziel. Und hier dieses Hoch 10.487 auf Intraday-Basis, das sind so die Zonen, wo wir hinlaufen könnten, wenn wir uns darüber stabilisieren. Ein Rückfall wäre jetzt kein Beinbruch, aber es sollte dann nicht weiter unter diesem Bereich um die 10.000-Punkte-Marke gehen, den wir hier sehen, auch ganz wichtig auf der Unterseite. Aber, wie gesagt, hier sollten wir nicht mehr drunter fallen, sondern jetzt einfach durchlaufen. Es hängt natürlich jetzt mal viel auch an der Berichtssaison, die jetzt Fahrt aufnimmt, vor allem in Amerika eben. Die Deutschen, die brauchen noch ein bisschen, bis sie ihre Bilanzen vorstellen. Von daher kommen da viel Impulse aus Amerika eben. Und ja, also allein von der Chart-Technik her hätten wir jetzt ein Kaufsignal durch Überwindende 200-Tage-Linie. Wir sind schon beim Aktionär etwas länger dabei. Und ja, das erste Kursziel wäre eben dieses Hoch von Juni im Bereich 10.300 Punkte. Thomas, was rätst du uns dann den Anlegern? Wie sollten sie sich momentan verhalten? Wir sind jetzt schon gut eine Woche long im DAX. Wir sind ab im Bereich 9.900 auf die Long-Seite gewechselt. Diesen Schein einfach laufen lassen. Ich sage mal, sollten wir hier drüber bleiben, über 10.100 Punkten, dann kann man auch hier durchaus die Position aufstocken oder für Neueinsteiger einfach neu reingehen. Aha, den Schein, den wir empfohlen hatten, die DG0 KP5, ist nach wie vor interessant. Und hat auch, wenn ich sage 10.500 Zähler, sind es vom aktuellen Niveau aus 37, äh, 370 Punkte, also 3,70 Euro in einem Schein. Da lässt sich gut davon profitieren. Thomas Parkmann, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dem DAX-Check für heute. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis morgen. Machen Sie es gut.